jo leute wir zocken ne runde minecrafts also was heißt zocken wir laden uns erst mal wieder eine map runter parcours nehmen wir mal nehmen wir die also manche von euch haben sogar mir geschrieben dass ich weiter so machen soll dann mache ich das jetzt auch einfach zum beispiel nehmen wir uns dann mal eine parkour map hier logik parkour nehmen wir dann mal denn auf insta also installieren und dann steht da playing logging parkour to mycroft now ja dann gehen wir zurück dann gehen wir auf mycroft pe aber eigentlich könnten jetzt auch mal auf dem server gucken ob der online ist ist ja sogar können sogar zocken aber wie es aussieht sind gerade alle der son warten wir kurz zwei minuten so lange können wir reden zum beispiel auf youtube hat mir einer geschrieben dass ich weiter so machen soll mit den videos sprechen usw dann habe ich mir überlegt ja komm gehen auf den server spielen wir dann mal eine runde hangel games darum steht der geld würde in stadt 1 minuten 30 und ich finde es eigentlich cool den server weil ich muss mich nicht anmelden zum beispiel tja und eigentlich alles cool ich habe immer noch den gleichen skin ich weiß nicht warum muss ich aus dem spiel raus gehe ich aber gerade nicht radon 134 sogar vip das ist auch praktisch eigentlich angelas auch vip ja also fanpost und so können die wir noch nicht schicken das kommt aber alles noch wir spielen jetzt erst mal hier die runde survival games starten 30 sekunden schreibt mir mal in kommentaren mit welchen headsets oder drum und dran aufnimmt oder ja aufnimmt halt 3 2 1 gehen wir nach hinten hier mitzugehen ist nämlich immer falsch weil da die meisten schlachtereien sind also es ist schon etwas falsch auf dem server einfach direkt in die mitte zu gehen weil da am meisten angegriffen wird wir entfernen uns einfach mal kurz von denen weil ich weiß jetzt schon dass sie mich töten würden und ich gehe denen einfach mal aus dem weg weil ich keine sachen habe das ist ja dann schon etwas scheiße oder hier ist eine kiste ja das schwert können wir direkt mal mitnehmen so noch irgendwo eine kiste aber da kommt der eine fahrt erstmal abhauen aber das sind zu viele leute da ist ja gestorben oder die haben wir ins spitzhocke da gehe ich mal lieber weg sonst bin ich gleich der nächste okay na komm das war also 2 gegen eine ok dann machen wir jetzt einfach mal die parkour welt ja das wäre praktisch bin ich überhaupt ich glaube hier fängt es an geht man also ja da fängt man hier an ja war da machen wir das mal kurz umändern ins umändern in survival überleben dann fangen wir einfach mal hier an ich habe diese spinnen netze nein verdammt ich glaube sogar hier fängt man an ja wir sind falsch rumgegangen leute ja 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 ich fahre einfach mal nee fahre damit ich wusste es ja leute dann haben wir die weltarbeit auch schon erledigt komm nur weil ihr es seid laden wir noch eine map runter dann laden wir ja scheiß werbung ne die nervt mich sowas von dann haben wir noch eine parkour map runter zum beispiel hm ja wir fahr die mal kurz runter machen eine runde und danach sehen wir uns später oder morgen oder erst ich weiß nicht ja parkour oder ich glaube ich glaube ich glaube man schokolade rückwärts essen ne mhm hat äh vier aufrufen einen ähm vier und einen ähm vier und einen äh zwei kommentare und 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 einen Daumen nach oben und einen Daumen nach oben ja leute haben wir ja gestorben ne wie immer ja fähig 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 wer denkt sich sowas mit den Zäunen aus ne ja das war es dann aber auch schon heute wir sehen uns noch und ciao ciao